Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei BörseDaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Montag, den 4. Januar. Gut, ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gekommen. Wir beginnen im DAX mit dem Monatschart. Wir sind am Mittwoch im Bereich von 13.718 Punkten aus dem Handel gegangen, notieren vorwürstlich am heutigen Montag im Bereich von 13.710 Punkten etwas tiefer und befinden uns damit weiterhin hier im Widerstandsbereich im Monatschart deutlich unter den beiden Verlaufshofs bei 13.903 Punkten sowie 13.795 Punkten. Ein nachhaltiger Durchbruch nach oben ist noch nicht gelungen. Ich bin gespannt, ob wir das dann nun schaffen werden und hier mit dem neuen Jahresbeginn dann einen Durchbruch nach oben erreichen und dann Kurs auf die runde Marke von 14.000 Punkten nehmen oder ob wir dann hier erneut nach unten abdrehen und dann wie bereits in den Vorjahren hier eine erneute Korrektur einleiten werden. Sollte es zu einer längeren Korrektur kommen und wir in diesem Bereich hier nach unten abprallen, dann wäre im großen Bild hier mit einem Rücksetzer zum unteren Fibonacci-Fächer zu rechnen, genau so wie wir das dann auch in den Vorjahren erlebt hatten, brechen wir allerdings nach oben durch, dann würde sich die nächste Anlaufmarke bei 14.000 Punkten befinden und darüber dann bei 14.250 Punkten ungefähr, nämlich an der oberen Begrenzung im DAX im Tagesschart, den wir uns gleich noch anschauen werden. Hier haben wir dann den erwähnten Tagesschart mit dem Trendkanal und der oberen Begrenzung des Trendkanals hier ungefähr bei 14.250 Punkten. Wir bewegen uns ja schon hier seit Monaten im DAX. In diesem steigenden Trendkanal konnten nun in den Vortagen hier auch den Widerstandsbereich, den wir seit Juni nicht nach oben überschreiten konnten, mit einer oberen Begrenzung bei 13.460 Punkten ungefähr nach oben durchbrechen und sind dann hier auf dem Weg zur oberen Begrenzung des Trendkanals mit bereits zwei höheren Verlaufshochs. Allerdings ist der DAX hier nach dem Anstieg der Vortage deutlich überkauft und könnte nun möglicherweise in einem Rücksetzerkurs auf das untere noch offene Gap bei 13.601 Punkten nehmen. Solange wir uns aber hier über dieser gelben Linie über dem 10er EMA aufhalten, ist dann kurzfristig mit weiter steigenden Notierungen zu rechnen. Würden wir hier nachhaltig nach unten durchbrechen, dann dürften wir zunächst Kurs auf den alten Widerstandsbereich hier um 13.400, 13.460 Punkte nehmen. Wir machen dann weiter mit dem Wochenchart im DAX und unseren Wochenmarkierungslinien. Da hatten wir ja bei 13.900 Punkten die dunkelrote Markierungslinie, hier sind wir dann nach unten abgeprallt. Die nächst tiefere würde sich dann bei 13.450 mit der roten Markierungslinie befinden und darunter würden dann bei 13.050 und 12.700 die hellgrüne und dunkelgrüne Markierungslinie kommen. In der Regel ist es so, falls wir bei einer oberen Markierungslinie nach unten abprallen, läuft der DAX in der Regel dann die nächst tiefere an und erreicht diese Markierungslinie auch, brechen wir dann auch hier nach unten durch, würde dann erneut die nächst tiefere, in diesem Fall dann bei 13.050 mit der hellgrünen Markierungslinie angelaufen werden. Beim Durchbruch nach oben wäre dann über 13.900 Punkten mit einem Hochlauf Richtung 14.000 Punkte zu rechnen. Gut und abschließend werfen wir dann noch einen Blick auf den Tagesschart mit den Markierungslinien im Tagesschart mit den Long- und Short-Bereichen. Wir haben dann für heute für den heutigen Montag bei 13.750 bis 13.800 Punkte den Short-Bereich. Wir sind auch hier im Short-Modus aktuell nach dem Rücklauf der beiden Vortage. Der Long-Bereich würde sich dann für heute zwischen 13.400 und 13.450 Punkten hier am alten Widerstand befinden, der nun zu einer Unterstützung gedreht ist. Und der Short-Long-Bereich befindet sich heute bei 13.540 Punkten, etwas unter dem 10er EMA bei 13.577 Punkten. Gut und damit wären wir dann erstmal durch mit dem ING Markets Morning Call. Ich wünsche Ihnen dann viel Erfolg im heutigen Handel und melde mich dann später noch mit dem ING Markets Chartflash und am morgigen Dienstag dann wieder mit dem ING Markets Morning Call.